Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Rat von Final Fantasy 9. Jo, ich habe nochmal versucht, das Spiel etwas leiser zu drehen, aber das haut beim besten Willen nicht hin. Ich kann es nur minimal regulieren. Das Spiel selber lässt mich da nicht wirklich viel machen. Ich hoffe bzw. ich versuche mal etwas lauter zu sprechen. Vielleicht ist es dann etwas besser und ihr könnt es dann selber regulieren, wie es bei euch dann passt. Jo, das zu dem einmal. Wir sind hier in Estogasa und möchten zum Vulkan Guruk, denn dorthin ist Kuja unterwegs, mitsamt den Schwarzmagen und unserer lieben Aiko. Und ja, mit dem Mogri da, mit dem haben wir uns eh schon im letzten Part beschäftigt. Das heißt, wir können ohne schlechten Gewissens auf zum Vulkan gehen. Dadurch müssen wir mal dafür, 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 müssen wir hier mal durch. Da drüben links, da war man schon da unten. Wenn ihr die große Leiter da unten folgt, da haben wir ein Rotkäppchen bekommen. Und auch in dem Raum hier gab es was, ich glaube ein Äther oder so. Das heißt, wir gehen rechts weiter. Hier war letztes Mal ein komischer Schatten, der über uns geflogen ist. Aber wir wissen nicht, was es ist. Wir werden es aber, denke ich, bald herausfinden. So, dann würde ich sagen, ist hier... Haben wir hier noch was? Äh, was tue ich denn da? Entschuldigung. So. Oh, da geht es rauf. Sehr fein. Mal schauen, wo es uns hier hinführt. Und... Boah. Okay, da haben wir schon mal eine Kiste. Mit... Goldkäppchen. Aha, von Rotkäppchen zu Goldkäppchen. Ist ja nicht schlecht, oder? Äh... Was hieß auch was? Oh, wie? Was? Da war grad was, ne? Da, warte. Hier. Anschlag. Wusstet ihr schon, dass man am Schluss den Hebel nach unten legen muss? Tai. Vom Volk der Talpaner. Oder Faye? Faye wahrscheinlich, ne? Den Hebel bis zum Anschlag drücken. Okay. Freilich wird gekämpft, weil dafür habe ich jetzt zu lange gesucht. Ich wollte nur noch da rüber schauen, ob hier nicht vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Das kann man ja vorher nicht wissen. Und da haben wir drei Goldfische. Oder Rotfische. Ah! Äh... Fliegendes irgendwas. Was fischst du denn? Ein... Gubigulus. Ja, ein Gubigulus. Das ist ganz natürlich hier. Nein, was mach ich denn? Rufen. Wir rufen. Wenn's möglich ist. Denn gut, denn wir warten. Folger, Schlaf, Eisger, Blitzger. Wir haben auch mal Blitzger probiert, oder? Was? Gegen Blitz? Weiß schon sie dran, oder was? Na, oder? Echt? Du rufst mit Eisger, oder? Na. Blöd sind sie da nicht noch heute angegriffen. Echt? Der Typ betrug? Ich wollte das probieren. Na ja. Das ist nun gegen Elementangriffe. Ach so, ach so. Ich bin dran. Der Gott des Donuts spürt meinen Zorn. Jetzt will ich mich nur eintriffen, weil die anderen sind ja... Ach so, es sind alle drei schon mal. Ich bin logisch. Ich bin logisch. Das hilft auch nichts. Ich bin logisch. Ich bin logisch. Ich bin logisch. So ein Zauber hätte ich auch gern. Dann ist Odin sofort tot, ne? Das ist ja kein Element. Denk ich immer. Mit das für eine Explosion. Ach so, das bringt mir... Gauwe. Jetzt mal gehen wir. Wir brauchen... Bio... Saugen können wir auch machen. Das ist normal alles für Natur. Das Natur ist auch Element. Das könnte man jetzt nicht sehen, wenn man möchte. Ach ja. Und die gute Freya. Hush, da kommt der Speer. Verfehlt! Hahaha. Zidane ist weg. Liebe Lili. Äh, wenn du es noch nicht schlägst, bitte Engel. Manchmal kann. Draht und Fähre. Die halten alles aus. Da kann man super planieren. Ich bin so glücklich gerade. Ja. Ich weiß, das hat die Klappen rumgeschaut. Aber ja, das ist ja. Da ist die Lili dran, ne? Ja, das bräckte Emia als nächstes. Ja, Lili, das machst du fein. Ich bin so stolz auf dich, meine gute. Schau mal, was Engel bringt, ne? Da kommst du halt mit ein, zwei HPs zurück, ne? Also mit Leben. Nein, nein. Nein, nein. Die Lili kann das mal lieber. So. Und dann sind die Engel. Wieder. Was? Nochmal Zidane im Arsch? Das ist alles nicht gleich. Ja, süa. Willi? Graf. Na ja, ist wurscht. Können wir eigentlich weghauen? Weil Zidane ist eh schon stark genug. Da können wir ruhig den anderen mal was gönnen. Boah, das macht Damage. Das macht auch so ein Damage. Ich dachte erst. Was? Guck mal, okay. Oh, Sau, der trägt. Jo, freilich. Boah. So. Zidane ist auch wieder am wiederbegeben, hoffentlich. So. Die gute Freya. Boah, Lili geht sich voll. Das ist ihr Tag heute. Ich bin voll zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Haben wir es geschafft? Ha, Fuli. Fuli. Schauf dann auch. Bravo Freya. Super. Echt? Ui, 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 ui. Langsam, langsam, langsam. Bist du gescheit. Also viermal wup, 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 wup. Einmal für Zidane, Vivi, Freya und Lili. Und ich glaube Lili hat Wicht erlernt. Wir bekommen einen Topaz und fast 4000 Geld. Das ist nicht schlecht. Das bedeuten tut, wir tun kontrollieren. Ich kontrolliere dich, Baby. Ob du irgendwer was Neues brauchen kannst. Wieso kann der das nicht? Wieso braucht der das nicht? Link Hand Dolch. Der Name wäre so cool. Boah ey, wie ich mich auf das neue Zelda freue, ne? Oh, Goldkäppchen. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Ich hätte das gleich kontrollieren müssen. Wie ich mich auf das neue Zelda freue, ich bin so gespannt. Ich schwöre. Ich weiß, das ist ein ganz anderes Thema, ne? Final Fantasy, ne? Von der Konkurrenzfirma eigentlich, ne? Aber ich schwöre, ich bin so gespannt auf das Ganze. Ehrlich. Hä? Multistab hat sie nie in die Griffe bekommen? Ich glaube jetzt dann. Ähm, weil ich schwöre, ich lüge euch nicht an. Wenn ich das anfinde, das Bild, das ich vor ungefähr 16 Jahren gemalt habe, wird sie mir wahrscheinlich dann in Zukunft als eine Prophetin sehen. Denn vor 5, ne? 16 Jahren wird es schon her sein. Da habe ich einen weiblichen Link gemalt. Und ja, endlich ist mein Traum wahr geworden. Es gibt beim neuen Zelda einen weiblichen Link. Und sie heißt Linkle. Boah, ich freue mich gerade so. Ich freue mich richtig drauf auf das Spiel. Das ist wie, keine Ahnung, wie eine Zukunftsvision von mir selbst gewesen. Oder ist es halt, ne? Also gedanklich halt. Boah, ich freue mich echt drauf. Das soll so groß sein. Man hat schon ein paar Sachen gesehen und so, ne? Können Sie gerne auch mal bei Tomdetto reinschauen. Ja, mein lieber Freund. Ich mach mehr mal für dich. Allein schon für meinen Wolfi. Der ist so ein großer Fan auch von dir. Nicht nur ich, sondern auch du. Also mein Freund. Er, mein ich. Und, äh, jo. Also ich freue mich echt drauf. Ich wollte noch ein bisschen in die schauen. Weil, wie wie? Vielleicht geht ja was. Weil nur Autopochen. Ah, das kann er seinen Wolf den Hut schmieren. In sein Zauberhut kann er sich das schmieren. Und, ja, wie gesagt, ich bin echt, ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Es schaut echt schnieke aus. Wirklich wahr. Und noch mehr gespannt bin ich auf die neue Konsole. Welche Geheimnisse die jetzt noch hat. Und so weiter und so fort. Also, pfff, das soll echt was gehen. Werde kann. Nix für runter. Ui. Schwupp. So, links oder rechts? Nehmen wir wieder links, ne? Zuerst meine ich. Bambam. 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 Ui. Eine Kiste. Dämonen-Harnisch. Das könnte was für Fräser sein. Dann tun wir da gleich mal kontrollieren. Du dann. Ein-Harnisch. Harnisch sind meistens Rüstungen, ne? Dämon-Harnisch, das kann sie ja schon. Ist klar. Ist eh klar. Ja. Ist klar. Das kann sie schon. Halt. Was haben wir da? Gluck, gluck. Anschlag. Erst als ich den Schalter dreimal bediente, tat sich etwas. Theo vom Volk der Talpaner. Aha. Dreimal bis zum Anschlag. Äh, Entschuldigung. Was? Hat er noch was? Entschuldigung. Na. Alles gut. Theo, da ist noch was versteckt. Also schriftlich. Schriftlich. Du kriegst das schriftlich von mir. Also wenn hier halt ein Schalter drin ist, ne? Ja. Muss ich zuerst die andere... Ah. Da ist ein Mogri. Wartet, meine Lieben. Pfo. Vielleicht doch zuerst rechts. Ähm. Schnell speichern. Ich glaub, bis zum Mogri passiert uns nichts. Warte. Da war schon wieder was, oder? Spin ich. Und jetzt was? Ja, ein Gegner. Ui. Wir haben einen Gegner gefunden. Ja. Wir finden dich. Ui. Das ist was Neues. Wisst ihr. Wir hätten den Quina jetzt brauchen können, ne? Und jetzt was? Warte. 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 Ein Krach. Der Lass ist Krach. Warte. So, okay. Der war schlecht. Ach, wirklich? Oh. Entschuldigung. Ich probier's einfach mal. So. Jetzt geht die Bibi. Und wieder. Verstehst du's auch? Wir werden hier... Ich denke, zwei Parts werden wir hier brauchen. Allein wegen Leveln. Weil ich es hier super anbieten würde. Weil die Gänge auch total stark sind. Ihr habt ja gesehen, dass wir da Punkte kriegen, ne? 5.000 x 2 sind. Ich glaube, ich fand das immer noch. Für die sind wieder für Level. Da geht was weiter. Ich muss schauen, dass sie alle Level 40 sind. Sonst werden wir irgendwann das Ganze nie mal so gut überstehen. Das wäre dann doch schade. Oh, den hat ich sie hingehauen, ne? Da würde ich sagen, sie geht in den War. Ich würde jetzt vielleicht lieber auf Heilung. Wenn wir doch alle ein bisschen müde schon reinschauen. Der Bibi saugt die Gänge sowieso aus. Da brauchen wir uns eh... Da brauchen wir uns eh nichts tun. Wenn wir jetzt so eine kleine Stechnücke... Ja... Und weg ist er. Wie ein Zähmer, wie schon weg. Und weg ist er. Wie ein Zähmer, wie schon weg. Und weg ist er. Ist schon wieder eine Woche her, dass sie das erste Mal gespielt haben. Ich wundert's gerade selber, dass ich weiß, wo wir sind. Aha. Aha. Ja. Sehr gut, deshalb. Wir machen wieder Heilung auf Lili Maus. Ja. Lili Maus ist gut. Ich bin keine Maus. Ich bin eine Prinzessin, du blöde Kuh. Ach so. Entschuldige. Hm. Die Maus ist ja die Freya. Ich bin eine Ratte. Mäuse sind kleiner als Ratte. Wie mache ich da halt alles falsch, ne? So. Fast Level Up für Vivi. Aber Freya hat was erlernt. Das ist sehr schön. Tropas und Beritot. Sehr gut. Bau, bau. Das heißt, wir kleiden wieder etwas Neues an. Ach so. Von der Waffe. Das ist gut. Jetzt gehen wir zum Jagdspieß. Das ist zwar ein bisschen schwächer. Hova. Das muss uns gut wurscht sein. Jo. Das muss uns gerade egal sein. Wegen Fähigkeiten lernen und so. Bam. 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 Hallo Herr Mogri. Oder Frau Mogri. Hallo. Äh. Shop. Oh. Shoppen. Was hättest du denn so im Angebot, mein Lieber? Potion ist echt für A und F. Hast du auch Waffen? Na. Das ist so ein Karümpel. Na ja. Zählt. Können wir aber eigentlich schon mal aufstocken, oder? Wir haben eh wieder ein bisschen Kohle. Würde ich sagen. 10. Oder 13. Machen wir 13. So ist gut. Wir werden jetzt sowieso ein bisschen entleveln. Also du mag nicht. Boah ey. In letzter Zeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr. Ja. Kubo. Hm. Der Oberen hat ja auch keins für uns. Meine ich. Zelten können wir eigentlich auch mal. Samen genug Zelten. Nur mal Zelten. Und dann schauen wir uns schnell die rechte Seite drüber an. Wir sind ja so rechts. Weil. Hier können wir speichern. Und dann kann ich theoretisch gesehen nichts falsch machen. Wie gesagt, theoretisch, ne? Ja. Weil irgendwo. Irgendwo. Irgendwann glaube ich zu mich zu erinnern tun. Dass wir dann. Eventuell nicht weiter. Weil sie nicht mehr zurück können. So sagen. Weiter kommen schon. Aber zurück nicht. Und das wäre doof, wenn man dann wieder was. Wenn ich wieder was übersehen würde. So geht's an. Umgedreht und da steht schon ein Kradler. Sehr gut. Und. Ich mag das Wort Kradler. Da ist mein Wolfi schuld. Der hat mich damit eingesteckt. Ja, Stüffel. Du bist schuld. Das typische. Die Lieblingsworte der Frauen, ne? Wolfi ist schuld. So. Bio-Stopsound. Ähm. So. Und Drago Begehre. Die haut hier am besten. Ich sollte gerne vielleicht auch ausprobieren. Aber. Wie gut. Ach. Mit einem Zelt. Das Dexbus nicht einmal gewesen. Puh. Das ist nur so ein kleiner Gesundheits-Tack. Prima. 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 Immer auf die Kleinen. Na ok. So klein ist er. Smatches. Mit Saugen. Hui. Die schlägt sich echt gut. Ich weiß noch. Von meiner letzten Runde musste ich sie raustun. Ich konnte sie nicht gebrauchen. Das hört sich total fies und gemein an. Ich weiß. Was kommt denn das eigentlich? Fühlt Regener aus. Auf allen. Nur können wir mal machen. Ähm. Ich weiß das ist total fies und gemein von mir. Aber. Ähm. Ich schwöre ich. Ich musste sie raus. Ich muss sie rausnehmen. Die war so. So debri. Sie hat von zehn Kämpfen vielleicht zwei hinbekommen. Irgendwas zu tun. Oder sagen wir so. Von zehn Angriffen hat sie zwei hinbekommen. Das ist eine bessere Statistik. Ähm. Das war. Das war Katastrophe. Das war Katastrophe. Hat sich richtig schlecht mit mir. Die Leute es mir tat. Ich musste sie dabei auf die Ersatzbank sehen. Und habe halt Eikor. Das Ding geholt. Die ich übrigens dann. Wirklich. Super voran geworden gebracht habe. Ich habe dann einfach Lili zu einem späteren Zeitpunkt, als es über den Besser ging. Ähm. Wieder eingesetzt. Es war die Schneedrache. Regeneriert die MP. Mommeln. Und es zungen. Er teilt Tops auf dieser Blätsin. Drachenpieper. Und Green geht überstudieren. Na bitte, dann würde ich sagen. Was? Das geht auf uns? Ja, jetzt werden wir sterben. Ich habe mich schweinert. Gut, Green geht überstudieren. Wahrscheinlich gibt es dagegen eine Überraschung. Heilen braucht niemand. Würde ich sagen, wir rufen niemanden. Wir greifen einfach so an. Drachenpieper, das wir jetzt sehen. Was passiert jetzt? Das war eine Heilung. Irgendwie so ein komisches Gesicht. Heilung. Richtig, schau mal, wie wir jetzt. Super Heilung. Ich freue mich auf die Schulabendung. Ich stehe jetzt dran. Ich will dann nochmal sterben. Das ist gerade doof. Jetzt muss ich warten. Stirb bitte. Ja, glücklich gehabt. Fuh, das war nur reines Glück. Bravo, Zitane. Danke dir fürs kaputthauen. Das war fein. Jawohl. Langsam. Wup, wup, wup. Dreimal. Einmal für Vivi, Freya und Lilly. Und ich glaube, Zitane hat das Gelernblick bekommen. Eine Phönixfeder. Und knapp 3000 Gil. Das heißt, wir müssen wieder umkleiden. Beziehungsweise, ich kann gleich noch ein Zelt benutzen. Ist ja geil. So, wir legen an. Die Hermesstiefel müssen erledigt sein. Erledigt. Erledigt sein. Hast du sonst noch irgendwas? Nö. Das heißt, ich werde dir wahrscheinlich... Was geben wir dir überhaupt? Ich würde sagen, geben wir dir einen Kraftgut. Das ist, glaube ich, Hautschirin. Das Goldkäppchen ist ja auch schon gut unterwegs. Ansonsten brauchen wir nichts anlegen. Ability. Meine liebe Lilly. Du könntest mal in Peter und so für sie da. Meine Lilly, das machst du echt super. Ich bin so stolz auf dich. Wirklich. Hier meine ich. Entschuldigung. Da noch. Das hast du echt fein gemacht, Lilly. Wirklich wahr. Ich bin so froh, dass du da bist. So, das muss ich mal sagen. So, jetzt schauen wir uns mal die rechte Seite an. Wenn ich Pech habe, ist es eh falsch. Haha. Ja. Oder es könnte sich hier um den Schalter schon handeln. Was hat er da? Noch ein Wokri. Hä? Woran? Nochmal? Wokrit? Mein erstes hat mir überhaupt keine Briefe mehr. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Erfolgreich. Das habe ich komplett vergessen. Ich muss nochmal speichern. Ich werde das auf den, wo wir gerade waren, draufhauen. Weil momentan habe ich noch nichts falsch gemacht. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich keine Ahnung. Ich danke dir. Ja, halt, 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 halt. Da haben wir was. Dunkelschweif. Aha. Was haben wir da? Echt? Hier ging es weiter. Ich glaube, ich... Boah, ich weiß es nicht mehr. Das wäre gut, eine Entscheidung zu haben, ne? Ich gehe nochmal rauf. Aber wenn da um schon ein Shop ist... Irgendwo treffen wir nämlich auf das Viech. Auf den Schatten. Ich muss nochmal... Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Was da war auch was? Es ist nicht wurscht. Ich probiere es jetzt einfach. 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 Kein Schisser mehr. Ich probiere es einfach. So. Wir gehen da rauf. Und die Geschichte hat sie. So. Schluss. Aus. Basta. Ciao. Bama. 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 Halt. Ach so. Meine Güte. So. Entschuldigung. Ich glaube, das ist... Du warst ein Deichsluft! Himmelsseiten, du kannst mich zu erschrecken, der Zipfel klatschen! Was bist denn du für Schicksviech? Mein Gott, nein! So, wo ist mein Paltrian? Ich nehme mir gleich eins aus, nehmen wir da! Du Sattelpiker! So, dann saugen wir die wieder aus, ne? So schrecklich muss das denn sein! Meine Güte, ein Feuertrache ist das übrigens! Das bedeutet, wir könnten eventuell versuchen, Leviathan zu rufen. Das müsste doch durchaus besser sein. Ich tue auch mal die Anzeige hier weg, dass man bei sich zuschauen kann. Oh, die war gar nicht so effektiv, ne? Jetzt kommt's dran! Tsunami! Das sieht mal so cool aus! Das sieht mal so cool aus! Das sieht mal so cool aus! 2200! Ja, das ist klar wie auch, dass das so schön Schaden macht! Nur, ah! Was haben wir da? Wassermarsch! Hahaha! Schöner Erfolg von Steam! Ja, Wassermarsch! Apropos Wasser, das kann doch Levi jetzt auch schon, ne? Da kann auch schon Wasser, ne? Das kann Wasser! Einzelfläche Gegnerverbindete fügt Wasserelement Schaden zu! Achso! Fügt Wasserelement Schaden zu! Achso! Wasserelement fügt Wasserelement Schaden zu! Wasserelement fügt Wasserelement Schaden zu! Ich hab's noch gesehen! Oh, oh! Scheißdreck! Die Freya ist kaputt! Dann schon mal gezählt an Zitane! Bibi und Lili wahrscheinlich auch! Na, geht sie grad nicht aus! Scheißdreck! Macht nix! Sie wird jetzt wiederbelebt! So, ganz auf die Schnelle! Von unserer lieben Lili-Maus! Ich bin keine Maus! Das hab ich dir jetzt schon 20 mal gesagt, du blöde Zocki! Ach, jetzt komm, weck dir nicht so auf! Doch, ich mag das nicht! Das ist Rassismus, du blöde Kuh! Aber, das ist doch nett gemeint! Zumindest sagen die Leute auch Mausi, wenn ich 1,53 Meter groß bin! Was soll ich sagen? Ich kann's ja auch nicht ins Schienbein treten! Das ist ja was anderes! Achso! Bei mir ist das was anderes! Ja, freilich! Das ist wieder typisch Prinzessin, ne? Was? Nix! Ich hab jetzt gesagt! So, ein Elixier! So! Baram! 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 Naja, nachdem sie schon ein Loch in die Wand gerissen hat, ist da vielleicht noch irgendwas! Ha! Na! Außer jetzt frische Luft! Ist da nicht sonderlich viel! Fein! Nix übersehen! Passt! Dann können wir zurückgehen! War doch hier der richtige Weg! Gut! Das freut mich! Ähm! War mein Erinnermich nicht ganz kaputt? Ich glaub das ist wurscht! Solange man den Hebel dort unten nicht betätigt ist es glaub ich wurscht gewesen! Du, ich muss noch einmal speichern! Es hilft nix! Mein Freund! Lieber Mogli! Ich muss sie nochmal speichern! Sicher ist sicher! So! Ich bedanke mich! Vierte ... lieber Mogli! BAM 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 Gehen wir da runter? Nö, schaut mal so aus, da geht nix weiter Na na, das macht uns nicht heiter, weil da geht nix weiter Das ist ein Fulltopfen, ein Schlag, soweit ich weiß Muss man den Schalter zweimal nach unten legen Denn Tini vom Volk der Talpaner Zweimal nach unten legen und dreimal was? Zweimal nach unten, denke ich, hätte ich das aufschreiben sollen, ne? Ich hab danach keine Ahnung, was ich machen muss Ha! Super! Uh, wir haben einen Eingangsvorteil Soweit ich weiß, muss man den Schalter zweimal nach unten legen Dann werde ich das schon mal aufschreiben Äh, so, aber zuerst wir rufen Wir rufen und los Medicare Rebetant vielleicht noch mal Ihr rufen Jetzt noch kein Elementarschutz haben Ich werde dir mal�� targeting an schauen Wir rufen Dram R15, Gerne... Wieder mit Animation? Jöööööööööööööööööööööö... Ich hab nie genug. Das Spiel Catharys, wir等 schon, bevor ich mein Spiel zähle die Dizer sein... Ähm... schalte zweimal nach dem Winten. Und zwar der dritte Hinweis schon, ne? Zweimal unten. Schalte drei Mal für Mädchen. Ich brauch einen Hinweis, ne? Ja, irgendwie so. So, dann kann ich es. So, dann hat es da hingerafft. Hi, ups. Kann ja mal passieren. So. Ja, wuhu, wuhu. Liliet Level abereicht, Liliet Level abereicht und für Freya reicht es halt leider nicht, weil sie ja verstorben ist. Eine Gubi-Gulus-Karte. Einen Tor-Pass und knapp 3000. Ja, das haben wir schon wieder dort, wo wir ausgegeben haben. Irgendwas erlernt? Nein, nur Level-Ups. Ups, Level-Ups. Level-Ups. Was haben wir denn da? Geierkittel. Ja, naja, Fetzen für uns. Supi. Was, dann haben wir das ja schon geschafft. Ja, wir haben nochmal bei dem Lieben. Ja, supi, war total wurscht gewesen. Wir haben halt nochmal bei dem Lieben-Mogli dort umzuschmeidung. Oh. Hä? Ja, servus. Die Drachen rücken uns irgendwie nicht, ha? Hab ich so das Gefühl. Es passt nämlich auch noch gut nach dem Kampf zum Mogli gehen, weil jetzt der Part schon wieder so endet. Nein, wie so vergeht die Zeit da so schnell. Bei Fallout kommt die Zeit ewig vor. Mietig wahr, kein Scherz. Und da, zack, umgefallen. Ist schon vorbei. So gemeint. Zwei Drachen. Und die Lili hat nix mehr an Scheiße. Ja, nix hat nix mehr an Scheiße. Das war jetzt super, super gepasst jetzt. Nein, ich meine natürlich die arme Lili. Ja, das ist der Heiden ja gut. Die arme Lili hat nix mehr an Scheiße. So, wir werden hier Wasser brauchen. Wasser, wo bist du? Da. Einmal Wasser, zweimal Wasser. Zack. Verfehlt. Zaufst du, Zitane? Hui. Dann rufen wir nochmals. Leviathan. So, die begreifen so an. So, warte mal. Du konntest Schnee tragen. Schnee tragen, Schnee. Regeneriert MP. Ja. Regeneriert MP. Das ist ja eigentlich... Regeneriert? Hä, warum soll man Feind was Gutes tun? Warte mal. Regeneriert die MP. Ach so, schnellst du die? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Tornado. Ja, natürlich im Falle. Ach, macht das viel Damage. Das ist gut. So, Entschuldigung. So. Wir brauchen wieder Wasser. Schwung und Schwung. Also, schon gut. Ist noch gesund. Tsunami. Ha ja. Bravo, Lili. Der erste ist schon mal adieu. Der zweite. Ja, da braucht es noch ein bisschen. Schneedrache. Das hat uns alle... Das hat alle... Ja, das hat zumindest... Also, ja. Hat, glaube ich, ruhig gehauen. Nochmal Leviathan, bitte. Und nochmal Angriff. Und die Freya könnte eigentlich noch einmal diesen komischen Schneedrache machen. Blup. Blup. Außer der Gegner ist damit schon hier. Ja, ist er. Bravo, Vibi. Yeah, geschafft. Haha, da wird Eiku staunen. Ja. Super. Super. Zwei Fähigkeiten erlernen. Und... Wuh, wuh. Dreimal Level Up. Einmal Mimi. Einmal Lili und einmal Freya. Super. Sind die auch schon bald Level 40? Das wäre echt schon cool, dann bald die Leute tauschen, ne? Bum. Bum, bum. Bum. Ich sollte laufen. Bum, bum. 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 Weil der Part ist leider schon zu Ende. So ein Mist. Äh, nein. Alles gut. So. Ich mag die Musik. Solche Musik habe ich ganz besonders gern, wenn es dann wirklich ums Leveln geht. Weil die motiviert mich immer irgendwie. Na gut, ihr Lieben. Schade, das ist wieder Schluss. Zum Schluss für heute. Schnief. Aber es gibt einen neuen Tag. Morgen ist der neue Tag. Wie gesagt, übermorgen kommt ja nur eine, zwei Tage. Momentan. Ähm, ja. Wir werden auf jeden Fall hier weitermachen. Und bei passender Gelegenheit werde ich dann auch mit Gruppe 2 dann hier antanzen. Also mit den anderen drei Burschen. Und ihre Labels hier noch ein bisschen aufmunzeln. Sie brauchen glaube ich eh nicht so viele sind eh schon recht stark. Na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.